Jetzt geht es hier wieder los. Draußen regnet es, Bindfäden, deswegen die perfekte Zeit, ein neues Video für dich zu machen. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass du sehr überzeugend deine Produkte und Dienstleistungen in Form von bestimmten Aussagen deinem Kunden präsentierst und der Kunde so ein kleines Fragezeichen oder vielleicht auch ein großes Fragezeichen oder vielleicht sogar auch mehrere Fragezeichen über dem Kopf hat. Und naja, wenn das so ist, dann habt ihr so eine Barriere zwischen euch, so eine Mauer oder sagen wir lieber Wand. Die muss ja irgendwie mal zur Seite geschoben werden oder rhetorisch eliminiert werden, damit du weiterhin mit ihm im Gespräch bleiben kannst. Und wie das funktioniert und eine Variante, die besonders gut funktioniert, die möchte ich dir gerne in diesem Video mit auf den Weg geben. Hast du Lust drauf, Wände zu verrücken? Dann sehen wir uns nach dem Intro. Wände verrücken heißt ganz konkret, wir sprechen über die Einwandbehandlung. Also du hast deine Aussagen, deine Produkte, deine Dienstleistungen entsprechend platziert im Gespräch und der Kunde sagt, du bist zu teuer, wir haben da schon einen Partner, wir haben schlechte Erfahrungen gemacht, wir wollen eine andere Lösung. Und jetzt musst du ja irgendwie rhetorisch geschickt im Gespräch bleiben, um am Ende noch das Geschäft, den Abschluss machen zu können. Und genau um diese Situation geht es jetzt und es geht ganz speziell um eine Methode, die du anwenden kannst. Und jetzt gehen wir mal in meine Praxis zurück. Und zwar gehen wir zu der Zeit, als ich bei Stepstone am Telefon Stellenanzeigen verkauft habe, im wunderschönen Düsseldorf. Jetzt gibt es ja verschiedene Jobportale am Markt und die kennst du sicherlich auch. Und mit denen habe ich mich auch beschäftigt. Also ich wusste ganz genau, welche Preisstruktur hat mein Wettbewerb, was haben die für Vorteile, was haben die für Nachteile. Ich war gut vorbereitet. Aber jetzt passierte Folgendes und zwar hat sich die Xing AG in Hamburg überlegt. Mensch, Stellenanzeigen ist irgendwie ein lukrativer Markt. Wir mischen da jetzt mal mit. Wir haben 11 Millionen aktive Nutzer in Deutschland und entsprechenden Namen schon. Also wir geben jetzt auch mal richtig Gas und bei uns gibt es Stellenausschreibungen. Also, liebe Unternehmen, kommt zu uns. Hier könnt ihr eure neuen Mitarbeiter finden. Ja, das war damals für mich ganz ehrlich schon eine Herausforderung, weil ich mir dachte, okay, vergiss die ganzen anderen Jobportale. Wenn die Xing AG aus Hamburg kommt und da richtig Gas gibt, dann haben wir ein Thema. Dann werden viele Kunden am Telefon sagen, Mensch, Herr Willem war super mit Ihnen, aber ab jetzt wechsle ich nach Hamburg. So, wieder das Thema Vorbereitung. Wie gehst du mit so einer Situation um? Ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe mich ein bisschen belesen. Und das Wichtige war eigentlich, ich habe mit meinem damaligen Vertriebsleiter gesprochen. Ich habe mit dem Sebastian gesprochen. Und er sagte, Robert, ganz entspannt bleiben. Ich habe da schon einen guten Job gemacht. Und zwar, geh mal bei uns auf die Startseite. Gib mal ein, stepstone.de und dann in die Schnellsuche Xing AG in Hamburg. Habe ich gemacht. Und was ist passiert? 300 oder 400 Stellenausschreibungen waren zu sehen. Das bedeutet, die Xing AG in Hamburg hat damals diese Dienstleistung angeboten und war aber gleichzeitig noch als großer Kunde von Stepstone bei uns aktiv, bei Stepstone aktiv und hat da Stellen für die Zentrale ausgeschrieben. So, meine erste Überlegung. Okay, wenn die es so gut können, wieso suchen die ihre eigenen Mitarbeiter bei Stepstone? So weit, so gut. Zurück in die Verkaufspraxis. Telefon, Kunde. Mensch, Herr Wilhelm, war super mit Ihnen. Aber jetzt, wir machen das mal bei Xing. Weil wir haben unsere Kosten viel besser im Blick. Wir zahlen nur, wenn die Stelle tatsächlich angeklickt wird. Und ich denke, da werden wir mit wesentlich weniger Budget auch dann dementsprechend die Stelle besetzen. Und jetzt kommt die eigentliche Technik, weil ich habe dann gesagt, Mensch, super, dass Sie es so offen ansprechen. Super, dass Sie an der Stelle mit offenen Karten spielen. Und wissen Sie, ich kann Sie komplett nachvollziehen. Ich kann Sie komplett nachvollziehen. Ich kann Ihre Gedanken komplett nachvollziehen. Ich verstehe, welche Gedanken Sie sich gemacht haben. Ich verstehe, welche Überlegungen dahinter stecken. Und ich sage Ihnen noch was. Ich habe genauso gedacht wie Sie. Am Anfang, als ich das erste Mal damit konfrontiert wurde, dass wir da einen neuen Marktbegleiter bekommen, habe ich mir genau dieselben Gedanken gemacht und bin zu denselben Erkenntnissen gekommen, die jetzt wahrscheinlich zu Ihrer Entscheidung führen. Also wenn die Xing AG in Hamburg als riesen Flaggschiff jetzt den Markt der Stellenanzeigen betritt, dann werden wir bei Stepspload aber mächtig auch teilweise ins Rudern kommen und kämpfen müssen, dass die Kunden bei uns bleiben, weil natürlich ein riesen Businessnetzwerk ohne Frage, da bin ich komplett bei Ihnen und kann komplett verstehen, welche Entscheidungswege Sie da für sich genutzt haben. Nur wissen Sie, ich habe letztens mit meinem Vertriebsleiter gesprochen und der hat mir gesagt, schau doch mal in der Schnellsuche das Ergebnis der Xing AG in Hamburg an. Und das, was ich entdeckt habe, lieber Kunde, ist halt wirklich eine Liste mit 350 offenen Positionen für die Zentrale der Xing AG in Hamburg. Und wissen Sie, in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, wenn die doch ihre eigenen Stellen bei Stepstone ausschreiben, dann kann das ja alles auch nicht so rund sein, dass Sie als Kunde da Ihren neuen Mitarbeiter finden. Und das hat mich dann überzeugt an der Stelle, dass wir da langfristig marktführend bleiben und auch mit Abstand weiterhin die besten Produkte anbieten, nämlich diese Produkte, mit denen Sie Ihre neuen Mitarbeiter finden. Nichts sagen. Nichts sagen. Danach nichts mehr sagen. Warten. Warten, bis der Kunde reagiert. 10 Sekunden, 15 Sekunden oder wenn es nur 5 Sekunden waren. Das hat sich angefühlt wie eine Minute. Das war ein komisches Gefühl. Du bist irgendwie versucht, immer wieder auch da reinzureden, wenn der Kunde nicht antwortet. Aber du musst an der Stelle wirklich das Durchhaltevermögen haben und deinen Mund halten. Und der Kunde wird kommen. Der Kunde wird antworten. Auch wieder mit dem Verständnis, du kriegst nicht jeden. Aber ich kann dir sagen, 8 von 10 haben gesagt, Herr Wilhelm, das ist eine gute Ausführung. Also da ist viel dran. Wissen Sie, mit Ihnen haben wir schon gearbeitet. Bei Ihnen weiß ich auch genau, wie das funktioniert. Sie haben recht, wir machen das wieder mit Ihnen. Dann habe ich nur noch gesagt, alles klar. Meine Faxnummer kennen Sie ja. Ich freue mich auf Ihren Auftrag bis dahin. Ja, wann ist denn die Stelle online? Ja, morgen. Übermorgen spätestens. Okay, alles klar. Danke. Tschüss. Also, ganz konkret. Statt aufzugeben, statt zu sagen, okay, ich kann es verstehen, dass Sie da jetzt einen neuen Anbieter haben, habe ich eine Story erzählt. Und die Story ist auch wahr. Also das ist tatsächlich so passiert. Die Gespräche mit dem Sebastian haben stattgefunden. Er hat mir das gezeigt. Ich habe es authentisch rübergebracht. Und jetzt gehen wir mal weg von diesem, stell den Kunden in den Mittelpunkt, habe eine Sie-Formulierung. Nein, nicht bei dieser Technik, weil, anderer Stift, du erzählst deine Geschichte. Ich habe genau dasselbe gedacht wie Sie. Und ich kann komplett nachvollziehen, welche Entscheidungswege Sie genutzt haben, welche Gedanken Sie sich gemacht haben. Ich bin da komplett bei Ihnen. Ich weiß ganz genau, was Sie meinen. Also richtig schön sagen, Mensch, lieber Kunde, vorausgesetzt, du meinst es ehrlich, ich verstehe dich, lieber Kunde. Wenn du ihn verstehst, ne? Ich bin da komplett bei Ihnen. Und dann erzählst du erst mal im Monolog irgendwie zwei, drei, fünf Sätze, die auch dem Kunden zeigen, ja, okay, der hat dieselben Gedankengänge. Und dann machst du eine 180-Grad-Wende. Und jetzt kommt irgendein Ereignis, bis ich gesehen habe bei einem meiner Kunden, bis ich gehört habe von einem meiner Kollegen oder bis meine Führungskraft mir mal gesagt hat, das. Und jetzt kommt deine Story, die dich halt vom Gegenteil überzeugt. Und dann sagst du am Ende. Und das hat mich überzeugt. Und jetzt, Schweigefuchs, Klappe halten, nichts mehr sagen, Antwort abwarten. Und du wirst sehen, wie gut sich das anfühlt, weil du bist im Monolog, du erzählst deine Story, der Kunde schaltet komplett ab, er hört dir zu, er findet das super, was du da gerade machst. Und du stellst auch keine Frage. Also hier wirklich mal keine Frage stellen. Einfach nur, ja, wissen Sie, lieber Kunde, und das hat mich dann am Ende überzeugt. Punkt. Und jetzt warten. Und dann wirst du sehen, die meisten reagieren mit Nachfragen. Die meisten reagieren teilweise sogar mit Kaufsignalen. Und es gibt natürlich auch welche, die sagen, ja, komm, nette Story. Ich kaufe trotzdem woanders. Ja, mein Gott. Dann geh in die nächste Einwandbehandlung. Hab eine andere Technik und versuch nochmal diese Wand zur Seite zu schieben. Aber in diesem Video geht es nur um diese eine Technik. Und es ist so eine Art Verbrüderung mit deinem Kunden. Ich habe genauso gedacht wie Sie, lieber Kunde. Ich kann komplett nachvollziehen, was Sie sich für Gedanken gemacht haben. Ich verstehe dich. Und ich habe es sogar genauso gedacht wie du. Ich habe immer, ich bin immer davon ausgegangen. Also damals ja mal den Job gewechselt und habe diesen Markt völlig frisch betreten. Und ich habe immer gedacht, dass das und das wirklich ein Problem werden könnte. Bis ich dann mal gesehen habe bei den ersten Kundengesprächen, dass ja alles nur halb so wild ist. Bis ich mal die Lösung gesehen habe. Bis ich mal die Ansätze gesehen habe. Bis auch meine Kollegen mir gezeigt haben, dass. Und wissen Sie, am Ende des Tages, das hat mich dann überzeugt, dass ich hier richtig bin. Punkt. Was deine Erkenntnisse sind oder was deine Ergebnisse sind aus dieser Technik. Und ja, wenn du Lust hast, Daumen nach oben und abonniere auch gerne den Kanal. Weil davon wird noch ganz, ganz viel mehr kommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Video. Viel Erfolg. Bis zum nächsten Video.